Hallo, heute geht es ja endlich los mit dem Fragenfreitag und Eul. Livia, das bin ich. Ja, und heute habe ich eine Frage aus der 21-Tage-Change-Energie-Challenge mitgebracht, die noch läuft und du kannst auch noch reinhüpfen. Den Link, den findest du in meiner Bio, beziehungsweise in der Bio von Andrea. Und die Frage zum Reiki ist, was kann ich denn so wahrnehmen, wenn ich Reiki bekomme? Fernreiki oder auch auf der Liege, in der Praxis, was kann ich denn da so wahrnehmen? Gar nichts. Ja, tatsächlich, gar nichts kann sein. Du kannst aber auch ein Gefühl von Wärme, Kälte, Kribbeln, so ein leichtes Zucken, wie kurz bevor man einschläft. Vielleicht kennst du das so. Schwere, dass du das Gefühl hast, du wirst total in die Liege oder in deine Unterlage, Sofa, Sessel, wo auch immer du bist, gezogen. Aber auch Bilder oder Farben. All das. Und jetzt.